Bhagavad-Gita, Vers 3.34 Die verkörperten Lebewesen empfinden gegenüber den Sinnesobjekten Anziehung und Abneigung. Doch sollte man nicht unter die Herrschaft der Sinne und der Sinnesobjekte geraten, denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Erklärung Denen, die Krishna bewusst sind, widerstrebt es natürlicherweise, sich dem materiellen Sinnesgenuss zu ergeben. Aber diejenigen, die sich nicht in diesem Bewusstsein befinden, sollten den Regeln und Regulierungen der offenbarten Schriften folgen. Ungezügeltes Sinnesgenuss ist die Ursache für Gefangenschaft in der Materie. Aber ein Mensch, der den Regeln und Regulierungen der offenbarten Schriften folgt, verstrickt sich nicht in die Sinnesobjekte. Sexueller Genuss zum Beispiel ist ein Bedürfnis der bedingten Seele und in einer ehrlichen Verbindung ist Sexualität auch gestattet. Die Anweisungen der Schriften verbieten jedoch die sexuelle Beziehung mit einer anderen Frau als der eigenen. Alle anderen Frauen sollte man als seine Mutter ansehen. Aber trotz solcher Unterweisungen neigt ein Mann dennoch dazu, sexuelle Beziehungen mit anderen Frauen zu unterhalten. Solange man einen materiellen Körper besitzt, ist es erlaubt, die Bedürfnisse dieses Körpers zu befriedigen, jedoch unter Regeln und Regulierungen. Dennoch sollten wir nicht auf die Kontrolle solcher Bewilligungen bauen. Man muss diesen Regeln und Regulierungen folgen, ohne an ihnen zu haften, denn auch Sinnesbefriedigung unter Regulierungen kann einen Menschen vom rechten Weg abbringen. Wie auch selbst auf Hauptstraßen immer die Möglichkeit eines Unfalls besteht. Obwohl sich diese stets in gutem Zustand befinden, kann doch niemand garantieren, dass nicht auch auf den sichersten Straßen Gefahr lauert. Das Verlangen nach Sinnesgenuss, das aus der Verbindung des Lebewesens mit der Materie entstanden ist, existiert schon sehr lange Zeit. Aus diesem Grund besteht trotz regulierten Sinnesgenusses immer die Möglichkeit herunterzufallen. Jede Anhaftung an regulierten Sinnesgenuss muss deshalb unter allen Umständen vermieden werden. Aber das Handeln im hingebungsvollen Dienst für Krishna löst einen von allen Arten sinnliche Aktivitäten. Man sollte deshalb auf keiner Stufe des Lebens versuchen, sein Krishna-Bewusstsein aufzugeben. Das einzige Ziel der Loslösung von allen Arten der Sinnesanhaftung besteht darin, letztlich auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins verankert zu werden. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020